Ja, ich habe keinen Helm dabei. Oh, jetzt ein Akkuschrauber. Hier kann man zum Beispiel auch die Leistung sehen. Also wer jetzt ganz neu auf dem Kanal ist. Ja, stimmt. Wer weiß das denn nicht? Ich habe alles aktiviert. 9,99 Euro. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Warte mal, da ist ein bisschen Eierschale dran. Ja. Und man kann mit einem ganz ruhigen Gewissen auch ein Rad kaufen mit diesem System, weil es kann schon eine ganze Menge. Ja, ich habe das. und hier ein weiteres video mit nils hohgendorn ja moin erstmal und ja ich ärgere mich gerade irgendein vollidiot hauptsache günstig einkaufen aber hohgendorn ist vertrauenswürdig ich meine das brauche ich nicht extra noch mal sagen weil das ist so und so egal was ich gerade eben gesagt habe das schneidest du alles raus wer das sehen will der muss den bonusbereich von zweirad hohgendorn abonnieren den schalten wir erst frei wenn wir 100.000 abonnenten haben also immer stramm dran bleiben kommen alle rand alle randsachen rein dann da kommt alles rein hier auch daran können wir es erkennen hohgendorn aufkleber ist drauf also dieses rad wurde in einer etwas ruhigeren zeit bei zweirad hohgendorn einmal entmontiert und wieder in den karton gesteckt und eingelagert so dass wir in der saison wenn du bei uns im laden stehst ganz schnell dein neues fahrrad bekommen kannst so planen wir unsere saison so bereiten wir uns darauf vor und das machen wir wenn mal ein bisschen weniger los ist wobei ja däumchen drehen war überhaupt nicht angesagt in der zeit liegt aber darum soll es in diesem video gar nicht gehen hier steht ein wunderschönes niveau 3 touring mit frontgepäckträger ich überlege ob wir den noch dran bauen aber viel interessanter ist eigentlich das display hier ist kiosk kiosk dran von der klassik line oder von der klassischen variante so kann man sagen es gibt ja smart system und die klassische variante quasi da kam immer die frage weil wir in den letzten wochen immer mal über smart system gesprochen haben was man damit alles kann und so weiter wie die erneuerungen sind und 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 dann schrieb jemand könnt ihr auch mal das vorgängermodell vor präsentieren und die funktion zeigen da habe ich so gedacht ja gar nicht so blöd weil es sind unheimlich viele fahrräder da draußen es gibt auch noch unheimlich viele davon zu kaufen wie auch hier und es gibt auch genug die sagen ich brauche ja gar kein smart system ich bin ja völlig zufrieden weil ich verbinde mein fahrrad eh nicht mit meinem smartphone und in diesem fall ist das aber auch möglich und wie das alles geht erfährst du in diesem video jetzt ein akkuschrauber bevor wir jetzt mit dem mit dem kiosk starten tasche und frontträger findest du alles im shop shop punkt hogenwand.de ganz einfach bevor wir jetzt hier in der werkstatt versäuern mit dem niveau 3 da gehen wir nach draußen das heißt überhaupt nicht gestellt aus cool so was los kommst du ja muss ja ja muss ja so schlimm also ist herrliches wetter okay ja das heißt also gar nicht gestellt aus hast du verbunden okay was hast du bis jetzt gemacht ich habe mich registriert noch mal noch mal ich konnte meine alten daten nicht verwenden für meine smart system also das müssen wir den zuschauern vielleicht einmal verraten du hast jetzt also wer jetzt ganz neu auf dem kanal ist ja stimmt wer weiß das nicht der weiß nicht dass du ja ein load 60 mit smart system hast richtig und hier haben wir ja das boi 330 und da wurden wir gefragt was ist eigentlich mit der connect app könnt ihr die nicht auch mal zeigen und vorstellen wie verbindet man sich überhaupt und so weiter weil sie von sind unendlich viele räder im umlauf und genau das machen wir jetzt dieter du hast die app jetzt so heruntergeladen ich mach mal hier ein bisschen platz für die app können wir die dann schön recht zeigen also ein bisschen fegen und schon ist man außer puste wie ist das wohl beim fahrrad fahren ich weiß gar nicht bin hier ganz am rand aber das ist auch uninteressant weil wichtig ist was da gezeigt wird das ist jetzt gespiegelt hier die app ich gehe jetzt hier einfach auf mein bike und sage einfach neues gerät hinzufügen habe vorher natürlich logischerweise dann hier schon mal das system aktiviert was passiert geox hinzufügen und jetzt geox muss in dem pairing modus versetzt werden die halten wir jetzt fünf sekunden lang gedrückt geox 1664 zu verbinden tippen hoffnungsanforderungen jawohl verbindung erfolgreich fertig stellen ja jetzt darfst du übernehmen ich darf jetzt übernehmen das gar nicht kenne das system du kennst das gar nicht wir gucken einfach mal durch was wir so haben und wir sehen hier diesen monat null kilometer null kilometer gesamtstrecke also du hast in dieser app auch also wir haben dieses rad jetzt mit der app verbunden und du kannst hier quasi einmal alles ablesen du siehst dann auch deine aktivitäten ok aktivitäten zu standort zugriff ja beim verwenden beim verwenden ja ok noch keine aktivitäten vorhanden das ist auch in ordnung weil dieses rad ist wirklich ganz neu aus der verpackung aus dem lager so dann haben wir hier karten warte mal davor ist ein bisschen eierschale dran ja kartennutzung bist auch ein verstanden ja und das wird ja später wieder entkoppelt aber das habe ich auch bei meinem smart system habe ich das auch so gemacht ich habe alles aktiviert ja alles genau damit du folgen vollen vollen funktionsumfang hast musst du halt immer alles aktivieren so legen wir los so und jetzt sieht man schon wir sind in jaderberg und gut ist und wenn ich jetzt mal sagt so alles klar wir wollen also kannst auch gespeicherte routen hochladen also gpx-daten oder sogar hier ist das komoot logo ach guck mal kannst du wahrscheinlich synchronisieren ich mache jetzt einfach folgendes ich sag mal wir wollen nach fahrer so und jetzt haben wir eine route von jaderberg nach fahrer so ich sag mal speichern gute ich schreibe jetzt nach fahrer ok gute wird gespeichert ok jetzt ist ihr dann ja wahrscheinlich auch unter den gespeicherten routen logischerweise dann aufrufbar gespeicherte routen hast du da irgendwo gehabt und da ist fahrer super gute auf kiosk starten einstellung ok dann müssen wir das immer erlauben ok ja was wir sich zeigen können ist dass hier jetzt rote auf der app gerade sie ist hier in der seite oben ist da praktisch in einer etwas noch sterileren stilisierten form zu sehen also es ist auch ein sehr kleines display aber man kann damit navigieren kannst halt heran heran suchen oder heraus suchen auch auf dem kiosk dann das ist ja alles beschrieben in wirklichkeit alles beschrieben du bist jetzt verbunden ich hätte jetzt gesagt lässt du mich eine runde mit einem rad mit dem mit dem handy in meiner tasche fahren nicht dass es rausfällt aber mach mal dann sag mal bis klar mal los und ja ich habe keinen händen dabei ja komm ist du fest ganz vorsichtig genau ich fahre jetzt ganz vorsichtig und dann und bis gleich bis gleich was für ein schönes wetter moin ja jetzt bin ich bestimmt noch näher noch näher hier da habe ich da überhaupt keine probleme erzähl ja was soll ich sagen also was mir halt aufgefallen ist und direkt auch positiv aufgefallen ist wir können das ja auch diese ganze fahrt die ist ja jetzt auf auf dem smartphone drauf im display vom kiosk da sieht man jetzt nicht ganz so viel also er zeigt dir keine straßennamen an oder irgendwie so aber du hast immer ein pfeil in welche richtung gefahren sollst und wenn du die route siehst kannst sich halt auch immer richtung gute orientieren und dann dementsprechend wieder an der route entlang hangeln trotzdem macht das natürlich auch immer sinn dann wirklich einmal auf dem smartphone zu gucken wie heißt die straße bin ich auf der richtigen straße und so weiter also mein tipp ist wenn du das machst mach das so wie dieter einfach app installieren verbinden und einfach mal los fahren und das ganze ausprobieren also ich habe es auch mal so gemacht ich habe auch mal mit komoot eine route geplant habt ihr auch das kiosk oder beziehungsweise in die connect app hochgeladen und bin dann durch den wald diese route gefahren du darfst die route nur nicht so häufig verlassen weil dann wird es vielleicht mal schwierig die route wieder zu finden aber dafür hättest du dann ja auch das smartphone also das ist so was ich dir schon mal vorab sagen kann dazu aber ich möchte trotzdem dass wir noch mal mit der kamera aufs display gucken so und jetzt siehst du wieder hier plane deine eine route in der ebike connect smartphone app so wir wollen jetzt keine route planen wir gucken uns noch mal das display an weil das ist eigentlich auch ganz spannend du siehst nämlich hier auch dass du verbunden bist mit dem smartphone du siehst ja mal den ladezustand von einem fahrrad und auch von einem mobiltelefon und mein tipp ist wirklich wenn du das machst dann nutzt auf jeden fall eine powerbank so dass du halt einfach dein smartphone mit ausreichend strom versorgen kannst je nachdem wie groß seine route natürlich ist so sämtliche anderen daten können wir hier ablesen die route hat die da schon beendet und jetzt gucken wir noch mal parallel einfach noch mal ins smartphone ich brauche das gar nicht in die kamera halten ich gucke mir mal die aktivität an alles klar da ist jemand gefahren mit dem fahrrad da sehen wir das alles und sehen wir auch die höchstgeschwindigkeit durchschnittsgeschwindigkeit trittfrequenz höhenmeter also all das kannst du hier ablesen in welchem fahrmodus gefahren wurde das geht auch ich bin zum beispiel 64 prozent eco 35 prozent sport und auch ein ganz bisschen im turbo ein prozent ja siehst du hier kann man zum beispiel auch die leistung sehen das ist ja auch auch höhenmeter sieht man hier dass wir einfach die verbindung mit dem mit dem an welcher strecke das finde ich gut ich finde das echt cool die visualisierung ist echt gut gelungen ja also da muss man wirklich sagen auch für das ist dass es nicht das smart system ist ist es ein gelungenes system und man kann mit einem ganz ruhigen gewissen auch ein rad kaufen mit diesem system weil es kann schon eine ganze menge dann gibt es noch premium funktionen sowie lok funktion die will ich jetzt nicht aktivieren weil das ist ja nicht dieter sein fahrrad dann siehst du hier man kann auch eine lok funktion aktivieren in dem fall kostet sind klein bisschen also 9 euro 99 finde ich jetzt aber nicht schlimm weil dann funktioniert das ganze auch dann kommt auch ein akustik signal wenn das display abgenommen wird und wieder drauf gesteckt wird und ja somit finde ich auch das ist ein sehr sehr umfangreiches system 9 euro 99 finde ich jetzt auch nicht schlimm ja also wollen euro 99 zu der versicherung die man hat zusätzlich zu einem bike was ein paar tausend euro gekostet hat also das ist vollkommen schwer in ordnung für mich aber es gibt ja genug die nutzen die es nicht nutzen und dann ist es halt auch quatsch wenn es pauschal mit drin ist weil so kannst du das kiosk noch tauschen du kannst das kiosk aber auch zu deinem schlüssel machen das ist halt der hintergrund dabei dass wir dass wir darauf hingewiesen wurden zeigt nicht nur das smart system zeigt auch mal die connect app das haben wir in dem fall jetzt gemacht wir überlegen uns mal wie wir weitermachen ob wir mit dem fahrrad noch ein paar mal unterwegs fahren und einfach noch mehr zu zeigen auch diese planung guten planung mit komod um das einfach mal vorzuführen wie es überhaupt geht so dass es zu hause nachmachen kannst und ja was soll ich sonst noch sagen daumen hoch da lassen fürs video kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns schon vielleicht auf einer fahrradtour oder im nächsten video bei wunderschönen wetter bis dann bis dann